Hallo zusammen zu unserem letzten Update Video von Anata und mir kurz vor Aachen haben wir euch ein paar neue Sachen zu zeigen einmal haben wir die Freiarbeit begonnen ein bisschen Slalom um die Hütchen sind wir im Trab umeinander gejoggt einfach so Alternativprogramm zu der trussurmäßigen Arbeit und mal wieder sie schmeißte das super und weiter geht's am Halsring wie auch dies, trotz meiner Nervosität am Anfang hat sie auch dies wieder mitgemacht nicht nur im Schritt, auch im Trab hat sie Hypodon Sonata mit Halsring reiten lassen über die Gewichtshäfen und zusätzlich über Einwirkung der Gärte konnte ich sie unterstützen bei der Arbeit auch das zeigt wiederum dass die Stute für jeden Spaß zu haben ist und man alles mögliche mit ihr anstellen kann sie macht nicht nur in der Halle sondern auch im Gelände wie man im letzten Update Video gesehen hat sehr viel Spaß und passt auf einen sehr gut auf ich wusste von Aachen 2018 dass die Mustangs wirklich sehr leicht lernen und sehr viel mitmachen aber dass die Stute für nur 5 Wochen unter dem Reiter sich so arbeiten lässt hätte ich niemals gedacht wenn ich darüber nachdenke dass die Stute sich vor 3 Monaten gerade anfassen lassen hat und jetzt so eine Entwicklung hingelegt hat das hat mich einfach so positiv überrascht trotz starken Defizite am Anfang haben wir es geschafft dass die Stute die ersten Seitwärtsschritte anfängt und wir diese wie an der Hand wie auch unter dem Sattel nach und nach ausbauen können man sieht auch immer wieder dass es ihr sehr schwer fällt noch deswegen machen wir es immer wieder in kleinen Schritten Richtung Schulter vor und Schulter rein immer wieder gemischt und deswegen arbeiten wir vor allem an der Hand vor dass sie es dann besser lernt und es besser verstehen kann wir lösen dies immer wieder kurz auf damit sie den Takt und Anlehnung wieder neu bekommt und beginnen es neu Stück für Stück dass sie es nach und nach verfestigt und wie man sieht haben wir die ersten Seitwärtsbewegungen auch im Draht begonnen und beim Aussitzen bleibe ich eher so leicht entlasten damit die Stute nach und nach lernt das Reitergewicht zu tragen Hypotungs und Nata fehlt noch die Losgelassenheit und die Anlehnung am Zügel aber für ihren momentanen Ausbildungsstand bin ich schon ganz zufrieden damit mir ist die konstante Anlehnung nicht so wichtig wichtig ist mir dass sie sich in der Ganache öffnet sich lernt vorne zu tragen und nicht einzurollen umso mehr Kraft sie bekommt umso durchlässiger sie wird umso besser wird automatisch ihre Anlehnung werden auf die punktgenauen Übergänge lege ich momentan noch nicht ganz so viel Wert wichtig ist mir dass die Stute dabei ruhig bleibt und nach und nach dies genauer und besser wird um die Stute bestmöglich für Aachen vorzubereiten für die Prüfungen habe ich aus der Resuppe da einige Lektionen mir herausgearbeitet und habe mit ihr die ersten Übungen daraus gemacht wie man hier sieht das Anhalten auf der Mittellinie und wieder Anreiten dass sie lernt auch ohne Hilfe der Bande geradeaus wieder los zu gehen noch sind äußere Begrenzungen noch ein Thema wo wir noch daran arbeiten müssen aber dies wird auch besser und wir haben nun auch den Galopp auf dem Platz dazu genommen auf beiden Seiten auf der Kreislinie damit die Studie lernt auch hier besser und konstanter auf den Punkt an zu galoppieren Nata und ich haben im Galopp immer kürze Reprisen gemacht dass sie nach und nach lernt den Galopp besser halten zu können hier sieht man dass wir einen kleinen Parcours für sie aufgebaut haben am Anfang hat sie sich so ein bisschen festgehalten ist ab und zu ein bisschen enger geworden aber das Ziel ist sie immer wieder am Hals länger zu bekommen und auch dazu das Springen das sich im Rücken mehr löst um den Takt zu verbessern im Galopp haben die Distanzen aufgebaut dass sie lernt den Galopp runter zu springen und wie man dann gleich beim Springen sieht hat sie die erste Idee vom Galoppwechsel über den Sprung schon gegeben das wird später hilfreich sein um den Wechsel zu trainieren mit einem jungen Pferd beginne ich immer mit einer sehr niedrigen Höhe damit sie das Vertrauen bekommt und keine Angst vor dem Sprung und wir beginnen im Trab dabei das ausgiebige Lob ist wie bei der Dressur und im Springen um abdingbar bei jungen Pferden um sie zu motivieren Was vor vier Wochen noch sehr unvorstellbar gewesen wäre eine fremde Person das Pferd putzen, anbinden, Mähne hemmen, Hufe auskratzen von der Koppel rein raustun das ist jetzt selbstverständlich für die Stute im Hinblick auf die Auktion in Aachen ist es vielleicht ganz wichtig zu sehen dass dieses Pferd sich mittlerweile von jedem händeln lässt ob wie beim letzten Update Video das Satteln jetzt das Putzen und Hufauskratzen sie ist jetzt mittlerweile wirklich auch fremdsicher ich freue mich schon auf Aachen das immer näher rückt auf das Finale ob Hypodungs Onata und ich das was wir vorbereitet haben euch auch souverän zeigen können auch das Anlegen von den Transportgamaschen dass das erste Mal stattfindet durch eine fremde Person und das darauf folgende Einladen ist für Onata kein Problem sie ist nun auch nicht nur unter den 3 Hänger Pferdehänger gewohnt sondern auch wie man hier sieht den 2 Pferdehänger sie geht ganz souverän in den Hängereien und auch wieder rückwärts heraus nachdem Onata so souverän vom Boden aus sich putzen, satteln und erhändeln lassen hat habe ich mich kurzfristig entschlossen vor Aachen noch einen Fremdreider Test zu machen was soll ich dazu sagen auch dies hat Onata wieder ganz souverän gemeistert sie hat mit einer lieben Reitschülerin die sich bereit erklärt hat das durchzuführen auf beiden Händen Schritttrab gearbeitet auch wenn sie am Anfang etwas nervös und spannig war hat sie immer auf die Reiterin aufgepasst und darauf geachtet dass ihr nichts passiert der nächste Schritt wäre dann den Galopp dazu zu nehmen ich bin unglaublich stolz auf Onata dass sie es wieder so souverän gemeistert hat und immer mehr Vertrauen in den Menschen fasst ich wünsche mir von Onata einen liebevollen Besitzer und wenn derjenige sich gerne noch informieren will bei mir dann kann er sich gerne bei mir melden ich würde mich freuen euch alle in Aachen wiederzusehen denkt dran, kauft eure Tickets bis bald, euer Olli von Benna von Benna von Benna Untertitelung des ZDF, 2020